Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Ich finde es so unglaublich schön, hier mit dir alleine zu sein. Ich glaube, die letzten zwei Tage waren die schönsten seit Jahren. Friedrich war heute bei mir auf der Mailbox. Ich meine, da habe ich mir gedacht, vielleicht fragen wir ihn mal, ob er Lust hat, eine Woche bei uns vorbeizukommen. Dann bist du für eine Woche ein guter Bruder und ich... Ich bin Hanna. Ich muss gleich noch mal kurz was anderes mit dir besprechen. Ab heute Nachmittag sind wir zu viert. Hanna hat ihre Patentochter aus München angerufen, um sie einzuladen. Wir sind hier zu viert heute, das allererste Mal, und finden exakt genau an dem Tag ein Boot, wo genau vier Leute reinpassen. Es tut mir leid, dass mein Vater sich manchmal so benimmt. Wer hat uns denn je versprochen, dass es auf dieser Welt für jeden jemanden gibt, zu dem er passt? Ich bin dagegen. Du bist doch mal nicht durchgedreht! Du musst mir nur mal ganz kurz die Phase putzen. Was magst du eigentlich am meisten an mir? Du tust mir so unglaublich gut. Was würdest du vermissen, wenn ich weg wäre? Ja! Wieso siehst du so aus? Wie denn? Was hast du denn mit uns gemacht, Robert? Ich hab dir doch mein Leben geschenkt. Ich will meine Liebe zu Marie in keiner Hinsicht gefährden. Wenn sie glauben, dass ich Gefahr lauf, und mich durch den Besuch bei Prostituierten von ihr zu entfernen, dann bitte ich sie, es mir zu verbieten. Maïs! Maïs! Du bist das Schönste und das Beste, was mir hier passiert ist. In einer Zeit, in der Blutsbrüderschaft nicht nur ein Wort war, ereignete sich ein Abenteuer, das die Geschichte für immer verändern sollte. Indianer! Servus! Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa, Hase, Halblingssohn, vom Stamm der Schuschonin. Scha, 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 scha. Aber Hatschi! Mein Bruder! Dunkle Wolken ziehen auf, über dem Land, wo die Schuschonin schön wohnen. Was mein Gott? Jetzt lass ihn halt einmal ausreden, du Arschloch! Immer dieses alberne Geschrei und immer bum 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 und Pfeile und schießen und so laut. Dies ist ein Film über große Gefühle. Nach Erkan und Stefan, der neue Film von Michael Bullyhabik. Soll ich sie noch einmal ablenken? Der Schuh des Manitou. Mein Bruder! Scheiße! Mrs. Sorowitsch? Müsste leider um eine Anzahlung bitten. Charlie Sorowitsch, der Charmant ist ja noch in ganz Berlin. Tansi Russe! Hoffentlich kein Kommunist! Ich brauche einen argentinischen Pass. Sie haben Glück, dass Sie einen argentinischen Pass wollen. Ich Heimat des Tango. Hauptkommissarier ab Berlin. Falsch gehabt. Es ist mir eine Ehre, den besten Fälscher der Welt verhaften zu dürfen. Nummer 75.570. Salomon Sorowitsch. König der Fälscher. Erinnern wir dich? Willkommen in Sachsenhausen. Operation Bernhard. Wir fälschen hier Geld im ganz großen Stil. Vergessen wir mal die Umstände. Nur wir beide. Sie und ich. Die perfektesten Blüten aller Zeiten. Sieht denn niemand, was hier passiert? Die Deutschen sind pleite. Ohne Devisen. Kein Benzin. Keine Rohstoffe. Wissen Sie, Sorowitsch, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich kann nicht alle garantieren, aber bei Ihnen? Wenn? Sully. Wir könnten kämpfen, bevor Sie uns ins Gas schieben. Lieber morgen ins Gas, als heute sind wir es erschossen werden. Wenn du nicht hier überlebst, wozu willst du dann überleben? Was hältst du davon, wenn ich einen Artikel schreibe? Der heißt Warten auf Romy, in dem es darum geht, auf Romy Schneider zu warten, die letztendlich nie erscheinen. Romy? Oh, ich darf in diesem Ort nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht lachen. Nichts. Du ziehst es wirklich durch. Ich bin sehr beeindruckt. Wollen wir anfangen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Gut. Wo kommen Sie her? Ich wusste nicht, dass Sie ein Interview mit mir führen wollen. Ich bin so froh, dass Sie da seid. Juhu! Ich versuche gerade, aus so einer Art Zwangsjacke auszubrechen. Sag alles ab. Schick sie einfach alle zur Hölle, Romy. Es hätte alles irgendwie besser laufen können mit meinem Leben. Im Moment sind Sie down. Aber das geht vorüber. Weißt du, Romy hat mich wirklich berührt vor allem. Alle sind von Romy Schneider berührt. Du bist ja nichts Besonderes. Was machst du hier? Ich halte wache Labelle. Wo sind Madame Sissi? Nun? Für Romy Schneider. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. Other Thinkors. Vielen Dank.